ja Leute, da sind wir wieder. Wir machen jetzt noch mal die 5 Wellen. Wow. Haben diesmal einen neuen Gast dabei hier und zwar, wenn ich den Namen hier reinkriege, Wiebe. Wiebe. 1, 2, 3, 4. Läuft ein bisschen schneller wie wir. Das ist glaube ich ein bisschen stärker. Ach so, geht schon los. Ja, ja, da geht schon los. Super, wieder hier am abgammeln. Warten schon drauf, dass er stirbt. Ja, ich mache Pause. Mal wieder. Auch Welle, ich bin ja nicht mal in der Nähe. Was für ein Kerach. Ich bin wieder vorne dabei, wo sind wir? Ich bin das erste Mal. Der looted schon alles der Arsch. Auch Loot haben. Soll ich mal, wie geht es euch sonst? Ja, ne, doch, ich werde nicht mehr mit 4. Warum? Ich habe gerade das Ding verteidigt. Wow, du hast das Ding verteidigt. Krass. Einmal. Ich bleibe jetzt nur noch an dem Ding stehen. Ich gehe nicht mehr weg. Ja, das ist ja nicht gut. Bleib jetzt da. Wenn ihr fehlt, bleibe ich auch da. Oh, da ist ein Ding, das muss ich mir holen. So, Auszeichnungsgedöns. Was ist denn die Mission, Sven? Hä, was für eine Mission? Ja, 30 Abschüsse, das Leben. Die Mission hier habe ich schon gemacht. Keine Ahnung. Die habe ich letzte Runde geschafft. Ich weiß nicht mehr, was es war. Eben habe ich viermal Plünderer sein müssen. Habe ich hier gemacht. Ja, und dann ist die Mission vorbei. Ja. Links. Osten. Westen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oh, aber was für viele da kommt. What the fuck. Kann man plötzlich gehört? Der ziemlich Schaden angerichtet. Oh. Mal ein bisschen looten. Oh, hinter uns sind auch schnell, 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 schnell. Oh, hinter uns sind auch schnell, 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 schnell. Ja, dann denke ich, Versperrungen. Boah, das war jetzt aber auch knapp. Ja, voll knapp. Das war knapp. Wir waren alle nicht da. Der keine Himmelsrichtung angab, dass wir euch wegen sagen kommen, wo sie kommen. Ja. Die kommen unterschiedlich. Überall kommen wieder. Also hast du. Kommt eh mal rein. Kommt eh mal rein. Ich muss sagen, hier in dem Kreis drinnen ist meine Shotgun schon ziemlich geil. Mein Eisschwert auch, weil es macht mir Schaden. Ja, er hat es. Wenn ich die Zeit für den Willen auch so weit spielen. Ich bin nicht unbedingt weitergekommen, zwei Missionen oder drei, bin ich nur weitergekommen. Das wäre so ein schwer das und das und das und das und das und das. Weil ich die Missionen oft machen musste. Das siehst du? Weil die war nämlich schwer. Ja. Äh, rechts. An mir kommen sie auch. Was machen die? Alter. Was machen die? Komische Moves. Hey, der weicht aber auch all mein Schiff aus. So. Da hüben sind sie. Äh, hier in der Mitte sind mehrere von den Hackern. Oh, oh. Habt ihr sie? Ja. So, Trammer. Ich hab sie geköpft. Ja, ich hab da draußen gerade noch Probleme gehabt. Ich bleib mal in der Mitte mit der Shotgun, da bin ich eh besser geeignet. Ja, ich komm gleich wieder in die Mitte. Ne, safe. Leute, mein Ludi hier noch geschwindet. Ein einziger Gegner hier. Einer ist noch irgendwo. Ja, er ist da. Welle besichert. Oder machen wir aber nochmal eine Fünfe. Ich glaub sie ist mir auch in der Mitte, ich kann es sagen. Ja, das ist jetzt Welle 5. Das heißt, nach der hier hätten wir es theoretisch abgelassen. Achso, stimmt. Wir haben sie eben gescheitert, weil wir sie nicht geschafft haben. Ja, wir haben gescheitert. Ich komm rüber. Ich bleib aber n Schimpf rum. Äh, irgendwas gibt uns Damage. Wo? Oh. Ganz wieder Damage. Shit. Äh, what the fuck ist hier los? Toils ist meine Shotgun Level 12 geworden. Ey, ich bin tot. Oh, ich bin auch tot. Wo? Hier mit der Mitte. Gut, der liegt direkt neben dir. Butter. Wo denn, wo denn, wo denn? Da, ja. Butter, ich bin auf der Seite. Ja, ich komm dann zu dir, weil es erst vercheckt. Ich weiß, wer du legst. Na ne, der andere ist schon da. Gut. Wir passen auf. Was war denn das grad? Was auch einmal alles so zerfetzt hat. Super. Sicher, dass wir noch dran hängen wollen, wenn wir grad eben schon wieder Probleme hatten? Okay. Aber wir werden wieder verkacken, ne? Wir holen jetzt den großen Lümmel raus, dann geht das. Wenn jetzt verkacken, ne? Wenn jetzt verkacken, ne? Puta wollte er kommen. Ja. Puta hat Eier. Okay. Keep fighting. Another opportunity to extract the adversaries. Nachladen und, äh, Position einnehmen, ne? Heads up. A Grineer Assault Team is headed your way. Ein Hacker ist tot. Oh. Ich bleibe im Zentrum und achte drauf. Ich schieße her. Einer kommt. Einer ist gut. 7. 8. Gut zu halten. Oh, geht's noch? Äh, Bebe ist tot. WTF. Äh, ja. Ich auch gleich. Fuck, ich bin Wunderücksprung. Scheiße. Ja. Ich bin auch tot. Ich wollte Bebe holen. Ich komme jetzt hoch, Alter. Mehr mehr verloren. Maaah, ich lebe noch. Alter, die entdeckte Welle dieser war heftig. Ja, weil die dann quasi für 5 bis 10 Reck. Achso. Das heißt, sind wir theoretisch. Ist sie gar nicht für uns gemacht. Darum ist ja Fiebe auch in der Lobby. Weil das dann für seinen Rang gemacht ist. Ah, Wiebe. Und er hat auch gleich wieder verlassen. Ja, gut. Aber ich habe jetzt meine Kopfschüsse. Und das. So, Leute. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt ja wieder verkackt haben, spielen wir jetzt wieder Lua. Okay. Und diesmal bin ich dafür, dass wir vielleicht wirklich nach Welle 5 aufhören, wie ich es gesagt habe. Ja, okay. Ja. Weil ich habe inzwischen so ein bisschen Ahnung, wie das Spiel funktioniert. So ein bisschen. Und Markus ist fertig mit Laden und Futter noch nicht mal angefangen. Was ist hier los? Das ist aber schlicht. Ich schläge mir nebenbei noch die Fußlingel, deswegen. Achso, und dann macht dein Internet nichts mehr. Nein, weil ich nicht drücke. Du musst überdrücken, damit dein Internet damit geht. Wieso? Wir haben Markus in der Gruppe. Das brauchst du nicht viel mehr. Dann kannst du noch einen Kaffee kochen, den Kaffee noch selber rüsten. Und wir haben wieder das Overbro hier. Ich sterbe nicht. Schau dir das mal an. Und dann verlieren wir. Wir haben schon wieder so einen Overtypen mit dabei. Natürlich haben wir immer einen Overtypen mit dabei. Ihr mich? Ja Lacken. Du wirst eher aus unserer Lore. Und so schlechter. ja ich habe als längstens überlebt in der pfeifen er ich habe überlegt sowas in der mitte das stimmt und ich habe den anderen wiederbelebt und dann hat er versucht mich wieder zu belegen und ist dann auch gestorben der andere bleibt auch in der mitte der weiß wie es geht kommen ja alle von dem Herrn war level 11 20 Gegner mit der Pistole töten wo steht das der Wolf verhältlich meine Aktele immer wieder wenn ich ein Pistolenkirchen machen immer ah schon holenke oh da ist ein Wegpunkt ja den kann man da hinsetzen soll ich ihn vielleicht wieder hier hinsetzen bis zu meinem Wegpunkt auch laufen ja Wegpunkt gut oh die kommen die kommen die kommen oh ganz viele kommen da aber wie geil das ausfällt wenn wir spielen es jetzt zum dritten Mal und tut man fällt beim dritten Mal immer noch auf dass da viele kommen ja ich könnte Wegpunkt das jetzt mal wenn ich sagen die kommen ja stimmt das würde funktionieren ja stimmt das würde funktionieren mit G macht man das dann dazu gestellt ja ich bin aber erst bei 5 oder 6 und ich brauche 20 also Wegpunkt setzen Leute wenn ein Gegner seht die kommen von allen Richtungen soll ich überall Wegpunkt da hinsetzen ja von meiner Richtung kam jetzt keiner beispielsweise bei mir kommen vier Stück das ist ein Wegpunkt kam da ne ich hab mich getötet da jetzt bin ich bei 7 Pistolenkills ich wollte nicht was ich weiß nicht was meine Mission ist ich glaube nicht ich muss mir immer rausfinden ich muss mir immer rausfinden die Maschine sehen ist ich hab Finalkampf Töten gemacht ich hab Klingelkült ich hab sie alle getötet ich hab Kopfschlüsse verteilt ich hab gelootet und da hinten sind sie noch ein paar so jetzt bin ich bei 10 jetzt bin ich schon bei der 4 und ich hab jetzt das 10 dann sollte ich mich bei den letzten 2 Wänden ranhalten wenn ich meine 20 Zangen krieg äh hier Wegpunkt ich bin ich schon bei 5% ah hier kann man grad schön die Kills fahren Wanns nicht? du ich bin fahren ja ich bin neben dir nein ich bin bei Markus also hier kann man schon die Kills auf sich ziehen jetzt schau doch ums Eck du Pisser ja da stehen bleibt und kämen wo sind denn die letzten hinter hinter ähm jetzt sind sie dort ok jetzt bin ich bei 15 oder so da kommen sie ja gut wenn wir alle 3 auf die Seite gehen ist vielleicht auch nicht so geschickt wenn ich auf die andere äh andere Seite sieht safe aus naja ich mach's bevor steht noch gesagt ja komm's gar nicht 5.000 Affinität was ist Affinität Währung da muss man mal noch fallen hier eine der 3 Währungsarten in Warframe irgendwas greift unser Schild an da ist doch der dicke genau ja hier war ein dicker hast du recht aber kein Verbündeter doch und so dicker war doch doch ja aber der hat den dicken nicht gefunden und weil ich gemacht sondern ich schlug so lange das zeug da außen rum weg ich schlug so lange das zeug da außen rum weg so einer lebt noch oder wie ne ist da und warum kommt dann keiner mehr warum sie will ich bin extraktion hast du immer Trommelmagazin das ist gut aber nur für die Währle leider nicht für meine Shotgun schade ich hab ich leider schon drauf ja ich hab's auch schon ich brauch's für die Shotgun noch juhu endlich mal geschafft so Leute ich würd sagen jetzt haben wir endlich die nette Mission hier auch mal geschafft Trommelmagazin mags Bonus bekommen du musst wenn du was am längsten Störlosen Bucke für zu schauen na ja zumindest durch die meisten nachkampfkills Tegos ziemlich abgegangen und wir haben uns in dem anderen eigentlich immer ziemlich ausgeglichen aber mal einigermaßen gleich gut in allem dann Leute würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wo wir immer wieder mit einer neuen Mission und damit selbst und Ciao Servus Lea Florian Tegos Gino unsere unsere Forts Gino 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 Vielen Dank.